Einen ganz wundervollen guten Morgen, herz aller liebstes Zückerschneckenpublikum. Zunächst erstmal ganz ganz herzlichen Dank für die ganz ganz vielen wundervollen positiven Kommentare über unseren letzten beiden Videos der Getriebeölspülung. Ja, ich hoffe auch, ich denke auch, dass das ein Selbstläufer ist, die Investition für so ein Gerät ist ja auch wirklich mächtig groß, sage ich mal. Aber ich denke mal schon, dass sich das wirklich für uns lohnen wird, weil ja, wir ja auch ein Spezialbetrieb sind, was die Autogasaufrüstungen betrifft und diese Getriebeölspülung auch im Rahmen dieser Autogasaufrüstungen sehr, sehr häufig angefragt worden sind. Naja, und deswegen hatte ich auch schon angekündigt bekommen, die Leute, für die wir hier eine Autogasaufrüstung machen, auch 50% Rabatt für die Getriebeölspülung. Da ist ja dann auch nochmal Kritik eingeworfen worden, das war ganz lustig, dass ich das mit 50% Rabattiere, weil das Auto ja schon auf der Hebebühne ist. Das will ich jetzt nochmal im Detail so ein bisschen erklären. Nein, das ist so, man muss ja einen Kunden, der kommt ja rein, den muss man, sag ich mal, beraten, dann nimmt man sein Auto, dann fährt man es auf die Hebebühne, dann baut man alles komplett drunter weg und dann fängt man erstmal dieser ganzen Sache an. Dieser ganze Vorgang dauert irgendwie ungefähr eine Stunde. In dem Moment, wo wir das Auto eh auf der Hebebühne haben, weil wir eine Autogasaufrüstung haben, ist vorne sowieso alles zerlegt. Man hat ganz viele Arbeitsschritte deswegen sich gespart und deswegen können wir das mit 50% Rabattieren, weil uns eine ganze Menge Zeit eben halt dann erspart bleibt, quasi was Beratung und so weiter betrifft. Ja, aber heute haben wir ganz, ganz viele interessante Sachen für die Oldtimer-Liebhaber und auch für die Leute, die neue Autos mögen. Weil wir haben, wir sind da echt glücklich drüber, weil die Anfrage sehr, sehr hoch ist. Wir haben hier einen ganz aktuellen brandneuen, was für ein Baujahr ist das? Ja genau, das ist ein Ford Focus ST Erstzulassung 2020 und zwar mit dem 2,3 Liter EcoBoost Motor und da waren ganz, ist das der gleiche Motor wie ein Mustang drin ist? Ja. Den sollte es vor Ort ein Mustang geben. Genau, genau. Ich weiß noch, ob es exakt derselbe Gämpfe ist, das weiß ich nicht. Aber interessante Sache, ein Focus mit dem Mustang Motor ist schon gut. Aber ein Mustang hat dann noch ein bisschen mehr Dampf. Ja, okay, kann ja sein, ne? Ja, den wollten wir euch zeigen. Es gibt ganz brandneuen Motor-Kit für dieses Fahrzeug, für den 2,3 Liter EcoBoost, für den Mustang und für den Ford Focus ST. Und der hat mich auch gebeten, ein Video darüber zu machen. Und in diesem Rahmen ist mir sowieso eingefallen. Wir haben unsere Autogasumrüstungsvideos viel zu vernachlässigt. Leute, was wir hier für interessante Autos hatten, die total aktuell sind, auch ganz viele Hybridfahrzeuge. Die wir natürlich ganz wundervoll umrüsten können. Ja, entweder fährst du mit Strom oder du holst in den Hybridautoverbrenner. Okay, sterben jetzt auch nicht so schnell. Aber viele Leute denken, die haben mit Hybrid des Weisheits letzten Schluss. Aber das ist nicht so. Wenn du ein Hybridfahrzeug hast, nochmal auf Gas, haben wir natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und wir können viele, viele Hybridautos auf Gas umrüsten. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Focus ST an. Wir sind in die All-Star. Da kommen wir auch gleich noch zu. Unser schöner Monza. Ich habe die jetzt auch schon bei Kleinanzeigen drin. Ich kann, wenn ihr möchtet, euch den Link unter dieses Video nochmal reinmachen. Den haben wir jetzt auch so gut wie durch. Den haben wir jetzt auch so gut wie durch. Den muss nur noch zum TÜV. Aber ich habe ihn schon inseriert, falls die Zuckerschnecke den haben will. Ja, war nicht ganz so einfach. Ihr seht es hier. Hier ist eine Prinz VSI 3.0 DI Anlage drin. Dedicated, speziell alles auf diesen Motor kommt abgestimmt. Ihr seht, man sieht so gut wie nichts. Wir haben alles versteckt. Wir brauchen auch die Komponenten eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht mehr zeigen. Ja, wir brauchen die Komponenten alle versteckt. Ich kann es gar nicht sehen. Gut, ne? Ähm, Feuerdreht sitzt hinter der Batterie. Dreh du? Ja. Sieht aus wie ein Original. Ja. Wie so eine neue Karte. Ja, wunderbar. Das ist wieder so geil. Unser 56er Oldsmobil, da kommen wir auch gleich noch zurück. Wir machen aber erstmal Focus ST-Videos fertig hier, ne? Ja, okay, also, das kannst du nicht sehen. Injektoren hast du hier unten drunter. Verdampfer Filter sitzt hier hinten noch an der Spritzwand. Das kann man noch erkennen. Genau. Immer haben wir diesen EVP 500 Verdampfer drin. 500 PS kann der, ihr wisst es ja, Pulsweiten modelliert, also quasi der Systemdruck wird immer über die Software angesteuert und von daher überall keine Probleme, alles gut, ne? Und wir wollen mal zusammen mit euch auch mit diesem Auto fahren, dass wir euch nochmal so zeigen können, wie diese Anlage so läuft. Schon Probefahrt gemacht? Alles durch. Ja, genau. War ein bisschen kompliziert mit der Einbauanleitung alles, ne? Äh, ja, da sind leider auch kein Fehler drin. Ja, ja, das ist, wie gesagt, ein ganz brandneues Motorkit. Und, ähm, da sind immer manchmal noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten drin, ne? So eine, ähm, Umrüstung für so einen Benzindirekteinspritzer ist ja, wie wir schon gesagt haben, nicht Standard. Wir haben bei einem normalen Säufer-Einspritzer, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, so 30, 40 Parameter, maximal 40 Parameter, die wir selbst auch programmieren können. Das ist eine universelle Anlage, die wir einbauen. Wir programmieren alles ab. Auch mit OBD fahren wir schön die Kennfelder ab und gucken, dass wir alles genau auf die Nulllinie eingestellt kriegen. Naja, und das geht eben halt bei diesen ganzen Direktanspritzern und gerade bei diesem Hightech-Eco-Boost-Geschichten überhaupt nicht. Wir haben eine riesige Steuergericht, wir haben über 200 Parameter, es sind ganz viele Kennfelder hinterlegt. Simulations-Kennfelder für Benzindruck, für Ladedruck, für, für, ja, Kraftstoff hochdruck. Genau, Hochdruck. Die Einspritzzeiten, die werden natürlich geändert. So ein Direktanspritzender macht irgendwie im Standgas 0,9 Millisekunden bei 80 Bar Benzindruck und bei, ähm, ja, und bei Vollgas eben halt auch nur 8 Millisekunden, aber dann eben bei 160 Bar Benzindruck. Und das müssen wir alles, das wird alles umgerechnet auf die ganz normalen physikalisch möglichen Einspritzzeiten und zwar, die wir im Gas haben. Wir spritzen ja wieder ins Saugrohr ein, das macht die Sache ja eben halt auch so, naja, so lohnenswert auch, weil eben halt alles völlig ursprünglich ist. Wir waren Saugrohr-Einspritzer und die Anlage dann auch völlig fehlerunempfindlich. Im Standgas 3 Millisekunden, bei Vollgas nicht über 20 Millisekunden. Das wird alles, diese ganzen Rechenkenten laufen alle zusammen und werden in diesem Riesensteuergericht umgeändert. Das macht die ganze Sache eben halt auch relativ aufwendig, leider auch ein bisschen teuer. Diese Umrüstung kostet komplett, wenn ihr uns so ein Auto bringt. Und es ist egal, ob das jetzt ein Ford Focus ST ist oder ob das jetzt ein Golf 7 oder was, 1,4, 2 Liter, Golf gibt es gar nicht als 2 Liter, ne? Ja, also ein Golf 7. Also alles, was Vierzylinder direkt einspritzert, haben wir den Komplettpreis, pauschale von 3.400 Euro, irgendwelche TÜV-Abnahmen, Mehrwertsteuer, Garantie, allen drüben und dran. Ja, Pokus ist das Auto mal an, wundervolles, die Farbe ist auch, ist auch wirklich sehr schön und das ist halt ein echter SD. Gucken wir hier rein, ist wirklich schick. Ist wirklich schick. Ford Europa kann dann doch mal aufbauen, ne? Sitze, wirklich sehr schön. Hier haben wir den Umschalter, hier können wir mal eben kurz gucken. Ihr könnt auch mal, hört mal ganz genau hin, ob ihr es hört. Jetzt läuft er auf Gas, ihr seht es, die Anzeige ist an, das Prinz-Symbol leuchtet, Tankanzeige ist jetzt nur eine Lampe an. Wir haben für die Erstbetankung natürlich nicht so viel gemacht, weil wir ja erstmal noch die Dichtigkeitsprüfung alles machen und die Probefahrten, nachher tanken wir dann mehr an. Habt ihr das gehört? Das sind die Benzin-Einspritzbüsen. Da läuft er auf Benzin, laufen die halt im Direkteinspritzbüsen immer so ein bisschen härter, ne? Und auf Gas läuft er tatsächlich ein bisschen ruhiger und auch ein bisschen leiser. Ich schalte mal wieder auf Gas um. Er geht sequenziell rüber, man merkt das überhaupt nicht. Und jetzt fahren wir mit dem Auto mal eine Runde. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen was hier reintanken. Und damit du dich natürlich auch feiern lassen für deinen ganz unglaublich schönen Benzin-Tank-Einspritz, den du da reingebaut hast. Genau, zum Beispiel. Leute, guckt euch das mal an. Wenn das nicht OEM-Qualität ist, weiß ich es auch nicht. Das ist doch wohl mal sexy, oder? Da teuer tanken, da günstig tanken, ne? Ja, nun, meine Lieben, was wird denn so ein Auto verbrauchen? Ich schätze mal, wenn man den Sinn nicht fährt, wird man auch bei dem Auto irgendwie klarkommen mit 8 Litern, 9 Litern ungefähr? Ja, ungefähr, ne? 8, 9 Liter wird er verbrauchen. Gaspreis liegt jetzt ungefähr bei einem Euro. Also kannst du so ein 280 PS Auto fahren, mit unter 10 Euro, ne? Mach doch mal einen Alarm, he? Bei minus 10 Grad war ein bisschen Luft in der Pumpe irgendwie. Mach doch mal 10 Liter drauf, das reicht. Da haben wir 30 Liter drin, ist er heilt voll. Jetzt ist das gut. Ja, dann sehen wir uns gleich im Auto wieder. Ich freue mich. Was natürlich auch dazu gehört, ist, dass wir euch natürlich auch den Tank zeigen von dem Auto. Ihr seht, das ist so ein bisschen gerümpelt von dem, was der Kunde nachher nicht mehr braucht. Und dann geht das hier hoch und hier haben wir unter unseren Radmuldenteil. Also, ihr seht, kein Platzverlust. Wie viele Liter hat der Regie? 680, 220, 61 Liter. Ja, 61 Liter, da werden so roundabout 50 Liter Gas reingehen. Ich habe es ja gesagt, das Auto wird so um die, sagen wir mal, 8 Liter Benzin. Gas ist mal ein bisschen mehr, sagen wir mal 10 Liter Gas. 500 Kilometer kommt man mit dem Gastank auf jeden Fall, ne? So, jetzt geht es aber los. Wir haben uns dazu entschlossen. Wir nehmen mal den Laptop mit auf den Beifahrersitz und Ziem filmt von hinten. Ich fahre mit dem Auto und Ritschi erzählt euch mal so ein bisschen was über diese vielen Parameter, die da quasi in einem Gassteuergerät auch verarbeitet werden. Viel Spaß, bis gleich. So, der Fokus ist ganz schön erwachsen geworden, würde ich mal sagen. Schönes, großes, super schönes Auto. Guck mal, da ist Ernie. Ja, Dome hat Bert. Genau, genau. Du hast die Ernie. Wir machen die Software mal auf. Und eins wollte ich euch noch als ganz, ganz wichtige, mega wichtige Information geben. Wenn ihr eine gute Autogasanlage in eurem Auto haben wollt, dann müsst ihr hier, Bresklauer Straße 63 nach B-Fahrt kommen. Das wisst ihr ja, ne? So, oh, wir haben einen Schalter. Ja. Wie lange habe ich denn keinen Schaltwagen mehr gefahren? Eine andere, so muss man losmachen. Nee, geht automatisch. Echt? Ja. Aber warum hat das den ersten Gang? Ja, weil du zudem die Kupplung gerufen hast. Das ist aber ein giftiges Auto, ne? Rennstrecke, rutschig, normal. Mach normal. Ja, du stellst mir für mich auf Spaß. Mir hat Spaß an der Banken gehabt. Ja, Spaß Modus, genau. So, du kannst gleich mal über die Parameter was erzählen. Hier im Kanal ein bisschen, ich kann auch erstmal fangen. So, wir sind da im Gasbetrieb. Ihr seht es hier. Da steht Gas. Und da, könntest du ja mal umschalten. So. Jetzt, das dauert ein bisschen, sequenziell auf Benzin. Genau. Jetzt sind wir auf Benzinbetrieb. Und wieder auf Gas. So, können wir mal gucken. Okay. Diese Prinz-Anlagen sind wirklich, also das ist wirklich grandios. Wie sie die durchentwickelt haben, die laufen wirklich auf den Punkt. Wir haben null Leistungsverlust. Du merkst wirklich, du merkst wirklich nichts mehr. Okay. Machen wir mal eine Runde drehen. Auch schön. Hier, guck mal. Öldruckanzeige, alles drin, ne? Auch ein kernigen Sound, ne? Oh ja. 6-Gang-Getriebe. Voll schön, dass auch die automatische Drehzahlanhebung. Scheinbar einen vierten. Oh ja. Oh ja. Zieht sofort die Drehzahl hoch. Du kannst es gucken und direkt springen lassen, ohne dass der Senktad bei ist. Jo, schön gemacht. Vor allen Dingen, was schön ist, Downsizing ist jetzt gar nicht so schlimm, ne? Also so 2,3 Liter hochkommen auf dem Vierzylinder. 280 PS. 208 PS. Satte, satte 280 PS. Und das ist das Schalter. Und der hat ein sehr, sehr breites Drehmomentband. Also du kannst ihn wirklich von 2000 bis kurz vorm runden Bereich, kannst du den durchtreten und der hat wirklich solle Zeitleistung. Ja, 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 ja. Ja, und das eben halt auf Autogas. Besser geht es nicht. Willst du zu den Parametern ein bisschen was sagen? Ja, grundsätzlich haben wir ja unsere Grundparameter. Drehzahl, ein bisschen Saugraudruck, Benzindruck, was für uns halt wichtig ist. Gaseinsprilzeiten im Vergleich zu Benzineinsprilzeiten. Ja, das kannst du gleich mal zeigen, weil ich hatte es ja eben schon so ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob du es hier mit Rangesoomen kriegst. Ja. Benzineinsprilzeiten rechnet sich natürlich immer nach Motorlast in Verbindung mit Benzindruck, der gemessen wird. Sind wir jetzt gerade aktuell bei 1,3, 1,4 Millisekunden. Im Vergleich dazu haben wir 8 bis 9 Millisekunden Gas. Ist jetzt bei relativ wenig Last, wenig Drehzahl auch völlig passabel. Weil der Verdampfer, der arbeitet ja ähnlich wie die Benzinmotor-Pumpe, der sitzt ja auch den Druck hoch bei höherer Motorlast. Und dementsprechend gehen die Gaseinsprilzeiten in Relationen auch wieder kürzer. Der macht echt Zwischengast beim Schalten. Wie cool ist das? Ja, aber nur im Sportmodus. Ach so. Ich habe alles ausprobiert. Das stimmt. Du kennst immer irgendwie alles von den Autos. Dann haben wir hier unsere OBD-Werte, wo wir komplett reingucken können. Genau, OBD ist auch angeklemmt am Steuergerät. So kann man die Daten auch. So haben wir unsere Kurzzeit-Langzeit-Korrekturen. Da sehen wir dann wirklich, dass er immer im hohen Bereich läuft. So, wir sind auf Gas. Wir sind auf Gas. Und du merkst gar nichts. Autogasbetrieb, Benzinbetrieb. Wie gesagt, null Leistungsverlust. Nur eben halt Hälfte an Kosten. Obwohl es jetzt gar nicht Hälfte an Kosten mehr sind. Bin ich auch letztens für ganz schwer kritisiert worden. Du hast gesagt, Gas bleibt immer bei der Hälfte. Aber das ist ja gar nichts. Dann habe ich das gesagt vor fünf Jahren, wo Gas 48 Cent war und Benzin 1 Euro oder was. Dann vielleicht. Dann habe ich versprochen, dass Gas immer auf der Hälfte bleibt. Momentan spart man halt nur 80 Cent pro Liter. Damals waren es 50 Cent, heute sparst du 80 Cent. Also wann war es lohnenswert? Prima, okay. Du hast noch einen 6. fahrt man wirtschaftlich im Moment. Ich fahre einen EcoBoost. Einen Ford EcoBoost. Alter, mit Lenkradheizung. Das Ding hat alles. Beheizte Recaros, Lenkradheizung, beheizte Windschutzscheibe. Auf Gas. Verstehst du? Ich mache null Feinstaub. 15 Prozent weniger CO2-Ausstoß wie Benzin. Besser geht es gar nicht. Und ich habe richtig Dampf. Das ist wirklich ein wunderschöneres Auto. Hört sich gar nicht an. Obwohl ich ja Team Automatik bin, aber das geht ja nicht. Ich bin ja eigentlich normalerweise auch eher Team Ford USA. Ja. Aber das ist jetzt auch so. Es ist ein Mustang-Rudau. Aber wir haben auch das Problem, wir kommen noch aus der Generation, dass wir diese ganzen alten S-Ports gehen, die nach drei Jahren komplett durchgerostet waren und sowas. Hier, wie der sich an oder sich runterschaltet. Krass. Da musst du noch nicht mal richtig sportlich Auto fahren können. Das macht das Auto auch schon für dich, ne? Sportlich fahren, ne? So, dann drehen wir hier um und dann sehen wir uns jetzt gleich in der Werkstatt wieder, würde ich sagen. So, meine Lieben, das war es mit unserem Ford Focus ST. Und jetzt gehen wir mal rein. Jetzt haben wir noch ein paar schöne Oldies für euch. Obwohl gar nicht Oldie. Oldie ist ja, obwohl es auch schon... 30 Jahre? Oldie haben wir es gefahren, das war 30 Jahre, ja? 30 ist er noch nicht, aber wir haben trotzdem ein schönes Lieberbach-Warton noch für euch. Und zwar auch so schön... Juhu, du musstest wieder gefahren. Ja, einer muss gerade. Und dann schön Ford Mustang 2005 GT V8 4,6 Cabrio. Ja, wie gesagt, ihr wisst es ja, wir haben hier schon ganz, ganz lange stehen. Wir haben hier immer irgendwie in der Nische mal reingegangen, ein bisschen was dran gemacht. Wir haben das Auto neu lackiert, wir haben neue Brennlicht drauf gemacht, wir haben neue Reifen drauf gemacht. Wir haben ganz viel Technik an dem Auto durchgearbeitet. Und jetzt geht er noch, der kommt aus Kanada. Jetzt geht er noch eben durch die TÜV. Oh ja, und dann könnt ihr den haben, wie gesagt. Neues Dach müssen wir noch drauf, äh, nein. Neues Dach kommt noch drauf, aber wir machen es nicht, weil irgendwann ist mal jetzt Schluss mit Geld reinstecken. Auto läuft gut, wie gesagt, ich muss für das Auto normalerweise irgendwie so 18.000 Euro Verhandlungsbasis haben. Neues Dach ist diese Woche nicht TÜV, wer überhaupt drauf hat. Nächste Woche, ne? Nächste Woche, ne? Nächste Woche ist der TÜV, wenn ich da bin. Äh, ja, wie weit ist das jetzt mit dem? Den haben wir jetzt hier 7 Uhr auf der Bühne stehen, weil wir ganz viele Kleinigkeiten dann noch hatten. Und dann schön 56er Old Super New York hat das schon mitgefahren. Der hat gerade vorhin gesehen. Und läuft. Wo man mitfahren? Können wir wieder noch fahren. Ja, das ist ganz dreckig, ne? Ja, waschen wir nicht. Und wo wir fahren? Ja, hast du Bock? Ja. Waschen? Waschen, nein. Nein, waschen nicht. Wir fahren jetzt nochmal wieder auf die Straße. Das erste Mal, dass das Auto... Wenn die Bremse muss, die Hände gibt es noch eine Größe. Ja, ich will jetzt selber mal mitfahren. Der geht jetzt auch dann durch den TÜV, der muss noch neue Reifen kriegen. Und bis so ein Auto, was aus Florida kommt, erst mal hier in Deutschland, alles läuft. Alte Alkax-Tau, die durch die TÜV ist, stießt viel Wasser. Viel Wasser in der Runde. Ja, weil den Krieg auch schaffst du, ne? Was haben Sie? Okay. So, ein Kalt drauf, ne? Ja, ein Kalt drauf, ja. Können wir fahren? Okay. Natürlich hinten rein und gefahren. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Ich habe dieses Auto ja schon irgendwie... Siehst du schnell runterfahren? ...irgendwie drei Jahre und wir sind noch gar nicht mitgefahren. Noch gar nicht. Ich weiß nur, dass er in einem absoluten... Ja, du bist jetzt eben dran noch ein bisschen gefahren. In einem absoluten Wahnsinns-Traumzustand ist. Das Auto ist halt von 1956. Und wie gesagt, er ist in Los Angeles gebaut, 1956. Und nur in Florida gefahren. Der sieht von unten und alles sieht ja wirklich aus wie aus dem Laden, wie neu. Nichts dran. So ein Auto bekommt man in dem Zustand. Ich mach mal kurz die Halle zu, weil... Wie gesagt, wir haben ihn neu lackiert, weil er hatte außen so ein paar ganz, ganz kleine... ...ein paar ganz kleine Macken, ein paar ganz kleine Stellen, was sich aber im Smart Repair nicht gelohnt hat. Wir haben mal gesagt, komm, wir lackieren ihn einmal komplett ganz über. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er jetzt läuft. Komm, Dome, komm, Dome. Auch von innen ist er sehr, sehr schön. So ein paar Kleinigkeiten wollen wir noch machen, hier mit den Türverkleidung und so. Ansonsten Himmel, alles richtig schön. Das ist einfach ein Traum auf das Auto. Auf dem Garstuhl, es geht doch genau aus. Ja, ich bin auch schon auf... Genau, es ist noch ein Kalten. Ja, äh, gar nichts. Wir gefahren, alles. Ja, super. Ja, siehst du ja. Koffe-Effekten auf dem Video. Auto kaputt! Genau so ist es nämlich, bis so ein Auto alltagstauglich fertig ist und dann den Kunden rausgehen kann. Komm rein, läuft! Wir haben natürlich jetzt auch minus 10 Grad, ne, für so ein Vergaserauto. Ja, wir sind mal runter, Eiler mit. Ja, genau. Ja, auch was Mächtiges hier, dieser 5,4er Rocket, 5,3er. Dass er hier rauskommt. Ist ein geil, eigentlich so. Das sind scheiße eingestellte Spiele. Anschnäuern brauchen wir uns nicht. Das war in 1956 irgendwie noch nicht so richtig modern. Ja, das ist immer halt, wenn wir die Autos durchgearbeitet haben, komplett durchgearbeitet haben, kann auch dürft drauf sein. Wir müssen sie wirklich irgendwie eine Woche, eine Woche bewegen, um zu gucken, dass die auch... ...und dann ist ja noch alles sehr gängig, für Bremskolben, Bremser... Ja. Unterlaufen ist super, zieht schon durch. Betriebeöl schmeißen wir auch mal raus nochmal, ne? Ja. Ist das Lenkrad so? Ja? Steht das hochkant, oder? Ist das so? Ist so. Ist immer scheiße, das muss quer sein, ne? Ja, können wir auch nicht. Ist immer scheiße, das muss quer sein, ne? Irgendwann würden wir ein Achsenmessingeschen machen müssen. Darum geht auch nicht. Das hab ich von auch schon gesehen. Darum geht es nicht. Das hast du doch immer nicht wissen, das ist auch nicht mit gefahren, ne? Da müssen wir noch ein paar dran. Die Karrowelle vielleicht abgerissen? Ja. Muss man machen. Jetzt läuft das schön. Wie warm ist der denn? Äh, bin auch nur einmal den Berg hoch runter gefahren. Ja, ok. Betriebe schaltet schon mal fantastisch, das Fahrwerk ist ganz gut. Was für ein Unterschied das ist. Eben im 2020er Ford Focus ST, jetzt im 650er Oldsmobile. Das ist aber gut, das sind alles. Das kannst du ja auch gut dafür machen. Also Spur scheiße, Lenkrad steht scheiße, Tacho geht nicht. Bremse. Naja, ok. Bremsen tut er. Das hat er vorher gar nicht gemacht. Der hat gar nicht gebremst. Ja, ja. Ziemlich schwer, ne? Also die Bremse muss ich einfach nur... Ja, da gängig alles herden. Ja, natürlich. In Bremskolken war ja auch noch alles. Ja, und dann fragt man sich immer, warum so ein Auto im Endeffekt nachher so teuer ist. Weil eben halt auch sehr, sehr viel Arbeit und viel Geld reingeht. Das ist das Problem. Lange, lange arbeiten, lange gucken. Das ist das Problem. Die meisten Autos werden angeboten bei eBay Kleinanzeigen. Die werden aus den USA irgendwie geholt mit einer Million Menge. Und dann kannst du die mit dem Title kaufen. Und dann fängst du nämlich erstmal an, irgendwie ein Jahr durch so eine Karre durchzukriechen, bis du den irgendwie halbwegs fahrbereit kriegst. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. In diesem Auto ja Schlüssel fertig verkaufen. Wenn der Kunde sich reinsetzen kann, kann man losfahren. Natürlich kann man ja immer was kaputt gehen. Das Auto ist irgendwie 60, 70 Jahre alt. Aber deswegen nehmen wir euch auf Melkchen bei der ersten Probephase. Ihr seht auch, was alles noch so passieren kann. Ja, wenn Interesse hat hier an dem, wenn er fertig ist, ich glaube ich muss irgendwie 35 oder so für das Auto haben. Runterlegen kann ich auch nicht weggehen, weil er wirklich im absolut grandiosen Zustand ist. Also wirklich. Was der gerade so komisch steht, ne? Ja, das kann man ja umstecken. Das war glaube ich runter. Naja, wir müssen die komplette Achse noch besser machen. Hat jeder links, rechts gemacht? Oder vorne dieses riesige Flugzeug drauf. Ja, jetzt sieht man ja eine Feder relativ gerade. Da können wir mal längst noch umstecken. Ja, das war gut. Ich weiß, dass er das auch runter gehabt hat. Ja? Ja, dafür. Um den Knöpfenverstärker zu machen. Ach, das kann natürlich sein. Die Lupe geht auch nicht. Alles gehen wir uns in Gefahr. Geht ja nichts. Ja, bleibt funktioniert eigentlich. Ja. Das an dem tut er gut. Ja, was ist jetzt? Jetzt können wir noch ein bisschen Monza zeigen eben, ne? Ja. Und das ist auch nicht so groß. Der hat gerade mit der Mostaz kaputt. Ach so, stimmt. Ja, ja. Deswegen ist ja auch der Kalk. Da sind wir jetzt auch schon irgendwie drei Wochen bei den Vergaser einzustellen. Also immer so zwischendurch. Hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde. Und einer noch reingeschieben. Der Vergaser bei dem Monza. Solex, wie heißt der? Ja, 4, 1, A. Ja, genau. Das ist eine richtige Zicker. Wenn man 1, A laufen würde. Naja, das ist eine richtige Diva. Und das ist er auch. Aber wir haben ihn langsam im Griff, ne? Ja. Gut. Dann... Ich lasse ihn draußen stehen. Ich lasse ihn draußen stehen, genau. Läuft da jetzt den Stand? Das ist noch ein bisschen hoch. Ja. Das kann ich ja wieder runterstehen. Aber lass ihn noch ein bisschen laufen. Hier und da. Ein bisschen klein arbeiten, genau. Wollen wir uns das Ding mal angucken. So ein bisschen in der Sonne, ne? Wie gesagt, wir haben ihn neu lackiert. Aber es ist auch potten dreckig, ne? Wollen wir die Radkappen nicht drauf? Weil wir die Reifen runter hatten. Und vielleicht nochmal zehnmal runter haben müssen, dass die nicht beschädigt werden. Achso, okay, okay. Das sind die Originalradkappen, ne? Aber es ist wirklich... Es sind alle verkrumpen. Wenn da eine Macke drin ist, dann runter... Nur wegen Reifen drauf, runter. Ja, ja. Das macht keinen Sinn. Unglaublich schönes Auto. In einem grandiosen Zustand, ne? Wie gesagt, wer Interesse daran hat, sowas gibt es eigentlich im Großen und Ganzen nur im Nagelstudio, ne? Ja, wir wollen zu dem Monza nochmal eben schnell gehen. Der Monza ist aber, wie gesagt, auch eigentlich relativ so weit durch. Hier geht es auch durch den TÜV. Also voll, das geht wieder, Teil, das geht wieder. Viele, viele Autos zum Verkaufen. Ich habe bei Kleinanzeigen jetzt drin den W123. Das ist ein 280er. Da aus... Im Wahnsinnszustand. Dann haben wir den, ähm... Genau, Lincoln Continental drin. Der ist auch, wie gesagt, in... Hör mal bei eBay Kleinanzeigen mal reingucken bei uns. Genau, genau, genau. Ich kann die Links da unten runter machen, ne? Ähm, genau. Was habe ich denn noch drin? Was habe ich denn noch drin? Was? Der BMW muss ja hinten noch... Ne, 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 den habe ich da nicht drin. Drei Autos habe ich noch drin bei Kleinanzeigen, ne? Ja. Den Monza. Den Monza, genau. Den zeigen wir euch jetzt. Ach, und dann kannst du auch noch mal mit den 2. Den T3-Bulli. Die T3-Bulli haben wir uns übrigens entschlossen. Wir haben ja den von Walter. Ich gesagt habe, den verkaufen was, machen wir nicht. Wir machen den auch komplett fertig. Das ist ein originaler Westfalia-Bulli. Der steht da draußen. Den machen wir auf jeden Fall schön. Ja, Leutzer. Der wunderschöne Leutzer. Die, ähm, Kleinanzeigen, die Anzeigen bei Kleinanzeigen hänge ich mit unter dieses Video, dass ich dir angucken will. Ja, soweit läuft alles. Das ist immer, wie gesagt, man sieht doch, das ist ja originaler 70.000er Leutzer. Und man sieht's, hier war alles ziemlich fest, ne? Die ganzen Klappen, die waren ziemlich schwergängig. Jetzt haben wir noch einigermaßen am Laufen. Einigermaßen am Laufen, nur Standgas. Standgas ist ein bisschen, ne? Aber es ist nur, weil das Thermostat kaputt ist wahrscheinlich. Und da immer wieder ein Keitschack rein rein. Und dann haut man den Drehtzer wieder hoch. Genau. Thermos, Kühlwasser, Thermostat aber bestellt. Das ist ja immer, habe ich übrigens schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Das ist immer nach ein paar Jahren kaputt, ne? Ja, dann gehen wir noch mal. Gibt es noch was zu sagen zum Auto? Das ist wie gesagt bei Kleinanzeigen. Das ist im Jahreswagenzustand, das Ding. Aus erster Hand mit 70.000 Kilometern gelaufen. 75.000. 75.000. 75.000 Kilometern gelaufen. Genau, das erste Modell mit dem Chromstoßstand. Unfassbar schönes Auto. Gibt es nur im Nagelstudio. Da haben wir auch hart viel gearbeitet, solche Autos mal zu finden. Ja, dann gehen wir noch mal zu dem Camper T3 mit dem Raimo-Dach. Ach, das Dach haben wir ja runtergenommen. Habt ihr gerade da draußen gesehen. Da ist auch unser Mikro schon gleich mal dabei, ne? Ja. Wie weit bist du? Erste Seite. Dann kommt Lack drauf. Kommt heute in den Füller. Muss man erstmal gerade kriegen, ne? Ja. Gerade wo es jetzt so kaputt war. Ja, die Tür hat ja irgendwie einen Schreifschaden so leicht. Ja, da muss er irgendwie gegenüber vorne sein. Dann hat sich das seitenteil gezogen. Ja, 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 ja. Mal gut, dass wir hier unseren breiten Schleifer haben, ne? Ja, dieses Monster-Ding hier. Das ist natürlich ohne den 40 cm Schleifer, brauchst du nichts machen. Dann kriegst du solche Flächen eigentlich fast überhaupt nicht gerade, ne? Ja, die Seite hast du schon bald durch, ne? Ja. Genau, das Auto ist interessant, weil, wie gesagt, ist ja ein T3 mit einem Raimo-Hochdach und einer wundervollen Camping-Ausstattung drin. Und das ist ein Endmodell 89er Wasserboxer-Automatik. Und das wird auch für euch noch interessant, weil da werden wir den Motor komplett zerlegen und neue Kolbenringe, neu durchruhen, komplett neu abdichten, zusammenbauen, einbauen, laufen lassen. Getriebe kriegt natürlich eine Automatik-Getriebe, Ölspülung und dann 212 Wasserboxer-Automatik als Camper. Ist schon geil, ne? Wer den haben wollt, könnt ihr euch melden. Das Auto wird es wohl auch so kosten. Ich denke mal so um 25.000. Komplett fertig, alles neu gemacht, alles überholt und, ja, H-TÜV neu, H-Abnahme neu, alles, ne? So wie Walter sein ungefähr, ne? Ja. Und dann haben wir ja unseren Westfalle noch, den wir auch fertig machen, ne? Den wir von Walter zurückgekriegt haben und so wechselt sich hier eben alles durch. Dann würde ich sagen, so fertig, ne? Ja. Langes Video geworden, ne? Langes Roundwalk-Video mit ein bisschen Gefahren auch mit euch. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen wundervollen, sonnigen, wunderschöne, sonnige Restwoche. Wir haben schon Donnerstag, jetzt geht's ins Wochenende. Danke, dass ihr dabei seid.